Moin Leute und herzlich willkommen bei Nilsson1489. In diesem Video möchte ich euch erklären, was ein Twitch Affiliate ist, wie man Twitch Affiliate wird und was man dabei zu beachten hat. Ein eigenes Logo sowie Layout helfen euch dabei, eine eigene Marke für YouTube und Twitch zu etablieren. Auf Fiverr findet ihr professionelle Designer, die alle eure Wünsche zu einem fairen Preis umsetzen können. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, kommen wir zur ersten Frage. Was ist überhaupt ein Twitch Affiliate? Ein Twitch Affiliate ist ein besonderer Status, den ihr mit eurem Kanal auf Twitch erreichen könnt, wenn ihr bestimmte Bedingungen erfüllt und dadurch erhaltet ihr auch bestimmte Vorteile, wozu unter anderem gehören, dass ihr mit Twitch Geld verdienen könnt im Sinne von nicht nur Donations, sondern die Zuschauer können euch auch ein Abonnement dalassen, also eine Subscription oder ein Subscriber werden. Und dadurch könnt ihr zusätzliche Einnahmen mit eurem Twitch-Kanal generieren. Außerdem könnt ihr auf eurem Twitch-Kanal eigene Emotes hochladen, was ja auch immer ein sehr gern gesehenes Thema ist. Das sind aber auch nur zwei Vorteile eines Twitch Affiliates. Dazu gehören natürlich noch mehr und auf die werde ich später noch eingehen. Die nächste Frage wäre natürlich, wie kann ich mit meinem Kanal an dem Affiliate-Programm teilnehmen? Und zwar gibt es eine offizielle Seite von Twitch, auf der sind alle Teilnahmebedingungen aufgeführt und dort findet ihr auch weitere Informationen, wie man im Endeffekt, wenn man den Affiliate-Status erreicht hat oder eine Einladung von Twitch erhalten hat, um Affiliate zu werden, wie man das Ganze einstellt, welche Zahlungsmethoden es gibt, welche Unterschiede es zwischen einem normalen Twitch-Kanal, einem Affiliate-Kanal und einem Partner-Kanal gibt. Also dort gibt es jede Menge Informationen, wenn ihr hier mal runterscrollt, ganz, ganz viele. Ich werde euch die Seite einmal verlinken in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das auch nochmal genau anschauen. Ja, welche Bedingungen gibt es denn? Und zwar müsst ihr einmal insgesamt 500 Minuten gestreamt haben in den letzten 30 Tagen und unter anderem sieben unterschiedliche Tage gestreamt haben. Also an sieben verschiedenen Tagen müsst ihr gestreamt haben in diesen 30 Tagen. Außerdem, was ganz wichtig ist, muss in diesen 30 Tagen müsst ihr immer eine durchschnittliche Zuschaueranzahl von 3 haben. Sprich, ihr könnt mal 5 haben, mal 2, kann auch mal unter 3 gehen. Wie gesagt, aber der Durchschnitt muss immer bei 3 oder mehr liegen. Außerdem braucht ihr 50 Follower. Wenn ihr das alles geschafft habt, dann erhaltet ihr ein paar Tage danach. Also das zählt halt 30 Tage lang. Und wenn ihr in einem Zeitraum von 30 Tagen das Ganze erreicht habt, dann erhaltet ihr von Twitch eine Benachrichtigung. Diese sieht wie folgt aus, dass das Ganze, wenn ihr auf Twitch seid, eingeblendet wird. Nämlich oben rechts auf Twitch.tv und in der Live-Registerkarte im Dashboard. Twitch.tv ganz einfach oben rechts. Wenn ihr auf euer Dashboard in Twitch wechselt, dann seht ihr das auch. Dort sind ja immer so eine kleinen Pop-up-Boxen. Da wird das angezeigt. Und ihr erhaltet eine E-Mail von Twitch. Also ihr solltet es nicht verpassen, wenn ihr eine Einladung bekommt, um verjetzt werden. Wenn ihr diese Einladung von Twitch erhalten habt, dann wird in der E-Mail auch ein Button sein. Los geht's. Hier wird es auch nochmal beschrieben. Und sobald ihr auf diesen Button klickt, werdet ihr in die Einstellungen auf Twitch geleitet in eurem Kanal. Und dort müsst ihr nun einen kleinen Prozess durchlaufen, damit ihr Affiliate werden könnt. Einer dieser Punkte ist unter anderem, dass ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung anschalten müsst. Wer sich nun fragt, was das ist, ganz einfach. Wenn ihr euch anmeldet bei Twitch, dann habt ihr einen Benutzernamen und ein Passwort. Das ist ein Faktor. Der zweite Faktor wäre, wenn ihr zum Beispiel ein Handy hinterlegt, auf dem ihr dann ein Programm habt. Das gibt es bei Twitch, eine extra App, die ihr dort benutzt. Und diese App, die wird mit eurem Account verknüpft. Und jedes Mal, wenn ihr euch mit Benutzernamen und Passwort anmeldet, wird auf der App nochmal ein Code angezeigt. Und diesen Code müsst ihr danach auch noch eingeben. Das wäre dann der zweite Faktor. Und damit habt ihr eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das muss aktiviert werden und das ist auch Voraussetzung von Twitch. Ohne geht das nicht. Danach werdet ihr erstmal zu grundlegenden allgemeinen Informationen gefragt. Das sind eure Vorname, Nachname, Adresse. Also einfach, dass ihr persönlicher bekannt werdet. Denn bisher kennt Twitch von euch ja nur die E-Mail-Adresse und einen Benutzernamen. Mehr kennt Twitch nicht von euch. Und damit ihr Affiliate werden könnt, muss Twitch ein bisschen mehr von euch wissen. Als nächstes bekommt ihr die Affiliate-Vereinbarung von Twitch angezeigt. Und diese solltet ihr euch ganz genau durchlesen. Denn in der Vereinbarung stehen unter anderem Sachen wie, darf ich denn als Affiliate gleichzeitig auch noch auf YouTube streamen? Und was verdiene ich denn an einem Sub oder einem Abonnement auf Deutsch? Also lest euch diese Bedingungen nochmal ganz genau durch. Und am Ende könnt ihr die dann einfach unterzeichnen. Das läuft alles digital ab. Da müsst ihr nichts ausdrucken und dann per E-Mail oder per Post hinschicken. Sondern am Ende habt ihr die Möglichkeit, das Ganze digital zu unterzeichnen. Ja, und dann kommt ihr zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Und zwar übermittle deine Steuerdaten. Ja, steuern. Jetzt seid ihr vielleicht ein bisschen aufgeschreckt. Und im Endeffekt ist es ja so, dass ihr Geld verdient als Affiliate. Und ja, wie ist es, wenn man Geld verdient? Man muss es versteuern. Das wissen die meisten nicht. Und naja, in diesem Schritt sind sie dann immer schockiert. Warum soll ich jetzt etwas versteuern? Ihr solltet euch mit eurem Finanzamt auseinandersetzen, wenn ihr Affiliate werden wollt. Denn es ist nun mal so, jedes Finanzamt ist da ein bisschen anders. Ich persönlich habe zum Beispiel ein eigenes Gewerbe angemeldet dafür. Dann erhaltet ihr eine Steuernummer. Und diese Steuernummer, die müsst ihr auch hinterlegen. Denn Twitch muss ja auch selber wissen, wenn es Geld auszahlt, an welche Steuernummer geht das Geld. Und ihr müsst im Endeffekt auch einmal am Ende des Jahres oder am Anfang des nächsten Jahres dann eine Steuererklärung für das vorherige Jahr machen. Denn da müsst ihr auch eure Einnahmen angeben. Und damit kommen wir dann auch zum nächsten Punkt. Im Endeffekt solltet ihr 18 sein. Und solltet ihr unter 18 sein, dann müsst ihr mit euren Eltern reden. Denn dann muss das Ganze über eure Eltern laufen. Als allerletzten Schritt müsst ihr Twitch dann noch mitteilen, wie ihr denn eure Auszahlung erhalten wollt. Das bedeutet, ihr könnt angeben, ihr wollt eine Gutschrift auf eurem Bankkonto haben, eine normale Überweisung. Ihr wollt das Ganze auf euer Paypal-Konto gezahlt haben. So mache ich das zum Beispiel. Das ist irgendwie am einfachsten und kostet auch keine Gebühren. Denn, kurzer Hinweis nebenbei, wenn ihr Affiliate seid, dann zieht euch Twitch von eurem Einnahmen die Gebühren für das Auszahlen der Einnahmen ab. Ganz einfach. Paypal gibt es keine Gebühren. Also, ja, am einfachsten. Im Endeffekt, gut, ihr zahlt Gebühren, wenn ihr theoretisch Geld für einen Gegenstand erhaltet. Ja, dann gibt es noch Check. Ihr könnt euch auch einen Check zusenden lassen. Und das sind die Zahlungsmethoden, die ihr auswählen könnt, um eure Einnahmen von Twitch zu erhalten. Damit seid ihr dann auch durch den ganzen Prozess durchlaufen. Und danach, wenn das alles durch ist, dann sollte das vielleicht noch ein paar Tage dauern. Denn Twitch prüft das alles nochmal. Und wenn Twitch das geprüft hat, dann wird bei euch im Kanal oben rechts auch ein Abonnieren-Button freigeschaltet. Und, ja, die Leute, eure Zuschauer können euch dann ein Abonnement dalassen, wodurch ihr dann Geld verdient. Außerdem verdient ihr auch Geld durch Bits. Das heißt, die Zuschauer können nicht nur ganz normal über Geld spenden, spenden, ha, zweimal spenden. Naja, sie können halt nicht ganz normal über den Donate-Button spenden, sondern die haben auch die Möglichkeit, im Chat unten dieses kleine Bits-Icon zu klicken und können euch Bits spenden. Bits ist eine Twitch-eigene Währung. Im Endeffekt kauft der Zuschauer für Echtgeld Bits. Und diese Bits kann er euch dann spenden und ihr erhaltet dann für die Bits wieder Echtgeld. Also eigentlich ein in Twitch Währungskauf schenken und zurückzahlen in Echtgeld Geschäft. Ja, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Damit haben wir dann auch die Frage geklärt, wie werde ich Affiliate und, ja, was muss ich machen, um dieses Affiliate zu aktivieren? So, dann kommen wir als letztes nochmal zu dem dritten Punkt. Was muss ich beachten? Wenn ihr Affiliate seid, dann generiert ihr Einnahmen und diese Einnahmen müsst ihr versteuern. Das habe ich schon gesagt. Also bitte, bevor ihr Affiliate werdet oder wenn ihr Affiliate werden wollt, dann setzt euch doch mal mit eurem Finanzamt auseinander. Fragt mal nach und seid euch im Klaren, dass ihr das Ganze versteuern müsst. Andererseits habt ihr noch viele Vorteile, die dann freigeschaltet werden, wenn ihr Affiliate seid. Hier gibt es eine kleine Tabelle, die ist auch auf der Seite, die ich euch verlinkt habe. Da seht ihr dann einmal, was alle Streamer können, sprich, wenn man ganz normal einen Twitch-Kanal hat, was ein Affiliate kann und was ein Partner kann. Unter anderem sieht man als Affiliate unter den Monetarisierungstools, dass ihr Bits habt. Ihr könnt also mit Bits Spenden erhalten, ihr könnt Abonnements erhalten und könnt sogar ein Sub-Emote hochladen. Sprich, wenn die Leute euch subscriben, dann haben sie ein persönliches Emote, was nur auf eurem Kanal freigeschaltet werden kann. Aber dann überall auf Twitch genutzt werden kann. Das ist ein Emote erstmal als Affiliate. Ihr könnt Spielverkäufe tätigen und ihr haltet auch demnächst über Werbung Geld. Dann ein weiteres ziemlich cooles Feature ist das Transcode. Was ist Transcode? Transcode bedeutet, wenn ihr nun bei Twitch streamt oder auf Twitch streamt, dann streamt ihr in einer bestimmten Bitrate und die kann theoretisch bis zu 6000 K-Bits gehen. Also Kilobits. Das Problem ist aber, dass manche Leute vielleicht auch von unterwegs auf ihrem Smartphone zuschauen und da ist eine 6000er Bitrate doch ziemlich blöd und führt dazu, dass der Stream bei denen dann auch mal buffert, also zwischenlädt und hakig ist. Transcode bietet dem Zuschauer an, auszuwählen, in welcher Qualität er denn den Stream guckt. Das kennt ihr bestimmt aus anderen Streams. Dort gibt es unten rechts ein kleines Zahnrädchen und da kann man dann einstellen, man möchte das in 240p, in 480p, in 720p, in 1080p gucken. Also je nachdem, welche Qualität man haben möchte, kann man das auswählen. Für alle Streamer gibt es die Möglichkeit, wenn die Server dahinter genug Ressourcen haben, dann wird das einfach freigeschaltet, aber man kann das nicht generell einschalten. Twitch-Partner haben das immer. Twitch-Affiliates haben das auch wie verfügbar, sprich, wenn die Server genug Ressourcen haben, dann können eure Zuschauer sich die Qualität auswählen. Aber ihr habt einen Vorteil gegenüber den anderen Streamern. Ihr seid nämlich in einem bevorzugten Zugang, sprich, erst bekommt ihr die Möglichkeit und dann erst die anderen. Und das ist ziemlich cool, das Feature Transcode finde ich schon sehr praktisch. Eine weitere Möglichkeit, die ihr im Gegenzug zu anderen Streamern habt, ist, dass ihr Wiederholungen und Premieren einschalten könnt. Wiederholungen bedeutet einfach, dass ihr bereits gestreamte Inhalte oder hochgeladene Videos als Stream laufen lassen könnt, auf eurem Stream oder auf eurem Kanal. Die Leute können sich das anschauen, als wäre es ein Livestream, aber ihr müsst nicht vor dem Rechner sitzen. Das Ganze läuft einfach ab. Ist auch ein ziemlich cooles Feature, habe ich auch schon ab und zu genutzt. Die Zahlungsbedingungen für Twitch-Affiliates sind wie folgt. Ihr habt erstmal einen Schutz vor Chargebacks. Ein Chargeback bedeutet, wenn euch jemand etwas spendet über Bits oder ein Abo dalässt und sich dann doch dazu entscheidet, dass er das doch nicht möchte, dann wird euch das nicht von den Einnahmen abgezogen. So seid ihr halt geschützt davor, dass ihr halt mit diesen Einnahmen rechnet und sie dann doch nicht kommen. Aber mal ganz ehrlich, ihr solltet niemals mit solchen Einnahmen rechnen, denn wer mit sowas rechnet, der fällt irgendwann auf die Nase. Kleine Lebensweisheit. Dann gibt es einen zeitlichen Rahmen für Auszahlungen und zwar beträgt er 60 Tage. Nachdem ihr einen Schwellenwert erreicht habt, wird euch, also es wird immer wieder angepasst, dieser Schwellenwert, dann wird euch euer Schwellenwert oder eure Einnahmen, die werden euch dann nach 60 Tagen, nach Erreichen dieses Schwellenwerts, ausgezahlt. Sprich, wenn ihr jetzt einen Monat streamt als Affiliate und ihr habt in dem Monat dann nach 30 Tagen irgendwie 100 Dollar verdient, dann würde es nach dem letzten Tag, also nach 30 Tagen, nochmal 60 Tage dauern, bis euch das Ganze ausgezahlt wird. Da fragen manche immer schon nach, warum kommt mein Geld nicht und Twitch behält mein Geld ein. Ihr müsst da einfach etwas Geduld haben. Das dauert ein bisschen länger, aber das Geld kommt. Ich bin jetzt schon seit fast zwei Jahren Twitch-Partner und ich kann euch sagen, das Geld kommt immer regelmäßig und auf einen Zeitpunkt oder auf einen Tag genau. Da braucht man sich keine Gedanken machen. So, nun kommen wir zu den Auszahlungsgebühren und zwar, das ist das, was ich schon gesagt habe, euch wird von den Einnahmen Geld abgezogen, nämlich das, was es kostet, euch das Geld zukommen zu lassen. Also die Gebühren für diese Zahlungsmethode, die ihr ausgewählt habt. Bei Twitch-Partnern ist es so, dass das von Twitch übernommen wird, das heißt, das, was ihr einnehmt, bekommt ihr auch auf euer Konto. Weitere zusätzliche Funktionen habt ihr nicht, sprich, da gibt es dann keinen Vorteil gegenüber anderen Kanälen. Aber ich denke, als Affiliate merkt ihr, ihr sollt als Affiliate einfach den Einstieg in die Twitch-Welt bekommen, im Sinne von, dass ihr Einnahmen mit eurem Kanal generieren könnt und somit vielleicht euer Equipment aufbessern könnt oder euch andere Dinge kaufen könnt. Aber im Endeffekt, ich finde immer, man sollte dann auch in seinen Kanal investieren und sollte schauen, dass man das Ganze vorantreibt. Denn dafür gucken die Zuschauer dazu und geben euch auch Geld oder halt ein Abo, dass ihr das Ganze vielleicht weiter ausbaut. Die wollen euch unterstützen. Also geht nicht unbedingt nur Pizza essen von euren Einnahmen, sondern macht vielleicht auch was an eurem Kanal, wenn ihr das wirklich ernst meint. Ja, damit sind wir dann auch am Ende des Guides angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch gut erklären, was ein Affiliate ist und wie man ein Affiliate werden kann. Und ich hoffe, ich konnte euch auch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, was es bedeutet, ein Affiliate zu sein und was man beachten sollte, damit das auch nicht schief geht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Ciao, ciao! Ciao!